Ah, endlich hab ich Wochenende. Und das ist kein ganz normales Wochenende, sondern das Wochenende, an dem Spongebob und Patrick campen gehen. Ach, wär das toll, wenn sie sich im Wald verirren und nie mehr zurückkommen würden. Patrick, ich hab Angst. Haha, das wäre doch klasse. Darauf habe ich so lange gewartet. Ein weiches Bett, ein heißer Tee, ein gutes Buch und zwei volle Tage ohne... Ja, was? Wolltet ihr zwei nicht zum Camping? Sind wir doch auch. Hör mal, drei Meter vom Haus entfernt ist doch kein Camping. Ach was, der Platz ist gar nicht so wichtig, solange du draußen bist. Während diese ganzen verweichlichten Städte in ihren Betten liegen und Bücher lesen, messen wir uns hier draußen mit den urgewaltigen Kräften der Natur. Schließt du dich an? Nein. Okay, viel Spaß drinnen. Was meinst du mit viel Spaß drinnen? Einfach viel Spaß drinnen. Bis morgen dann. Oh, tschö. Gut, aber auch noch nicht. Okay, ja. attended. Vielen Dank.